hey zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren part hier vom gta 5 story modus auf meinem kanal wir sind mit trevor unterwegs und unsere mission ist hier den hubschrauber zu finden was sich als gar nicht so einfach heraus stellt und ich mir immer noch nicht ganz sicher bin wo wir jetzt hier genau hin müssen muss aber die militärbasis sein so also fahrer jetzt auf militärbasis rauf ich habe schon gerade gedacht könnte eventuell vielleicht ein weg daneben sein aber das ist nicht der fall jetzt geht es auf die militärbasis ja und wir haben natürlich scheiß wetter es ist am regnen so jetzt geht es rauf mal gucken und ob die uns da einfach so durchlassen und ob wir damit vollkaramba durchfahren müssen das stellt sich jetzt raus vier sterne die zwei jahr klar dass hier jetzt nicht so einfach wird so hat sich schon geil aus ist mit dem regen ich bin so ein idiot so schnell hier weg schnell mal hochziehen mit die karre hängen den militärhubschrauber ab was soll ich jetzt hier machen ja ist ja aber wohl eine scheiße dass der hier uns dass der uns hier trifft ne der buzzard kann doch genauso gut rausspringen weil die mission hier haben wir auch verloren denn der tag oder brennt also ob der jetzt explodiert oder ich rausspringen scheißegal müssen wir nochmal neu versuchen direkt abfahrt ja der ist ja jetzt schon am rauchen der kommt ja jetzt schon solche tieren jetzt noch schaffen so jetzt kommt er wieder gleich mit seinem buzzard dann bin ich so so schon wieder am dann trifft er mich hier wieder und dann ja dann ist wieder vorbei wir fliegen jetzt einfach mal hier an der küste lang begibt sich zum hangar okay das ging ja einfacher als gedacht hätten wir das direkt beim ersten mal gemacht okay den helikopter haben wir so heißt es hier war jetzt die letzte mission vor dem großen raubüberfall dann macht man den raubüberfall ne tongwa valley die hier die hier 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 Die Action-Cam ist auch immer nice. Da kriegst du auf jeden Fall immer schöne Bilder hin. Grand Sinara-Wüste. So, der hier wird anscheinend hier auf dem großen Sandy-Shore-Flughafen untergestellt. So wie es auf den ersten Blick aussieht. Und nicht hinten in dem kleinen 0815. So. Aber wir müssen uns natürlich nochmal drehen. Wenn das mal nicht eine astreine Landung war, dann weiß ich auch nicht. Verstanden. Cargo Bob erweitern. Ja, 50%. Cargo Bob. Easy. Jetzt haben wir hier den Teil auch schon freigeschaltet. Ja klar, hier den großen See, hier oben ist alles so nett. Aber da kriegen wir auch noch alles fertig. Dann ist ja das meiste von der Map auf jeden Fall. Ja gut, hier ist noch ein ziemlich großer Teil. Aber auch den kriegen wir noch irgendwann irgendwie freigeschaltet. So. Jetzt haben wir einen weiteren Punkt bekommen oder nicht? So. Mit Trevor auf jeden Fall nicht. Ich kann jetzt mal hier in das Auto einsteigen und können mal ein bisschen warten. Vielleicht kriegt er ja noch einen Anruf. Okay, da haben wir auch schon direkt die nächste Mission und ich würde sagen, kein Problem Freunde, wir sehen uns in graumer Zukunft. bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen und tschüss.